ja 50 Pfeil und Bogen mal gucken ob hier irgendwo was landet gerade bei uns oder nee ach guck mal hast du gerade ob ich gerade nee du hast doch ich gerade gekackt Seemuchs oder der kleine Vogel gekackt aber ich weiß nicht wo der gerade ist ach so war das ist gleich gedüngt hier sehe ich gerade da war aber auch nichts drin wie sieht es da denn überhaupt aus ja hier müsste bei normal strobe da rein aber wo kommt denn da Dünger bitte ich sehe da gar keinen Dünger oder hast du rausgenommen ich habe einmal Dünger dann pack mal in das Nicht-Gedingsterbums da rein dann guck ich mal nach Saatgut da ist ja echt kein Saatgut drin da wäre es vielleicht gut wenn du irgendwas mit Nacko-Bären hast boah Azillerub-Bären ja aber Bären habe ich nur Nacko-Bären normal aber ich glaube wir haben da gar keine Saatgut für Mais Tinto-Bären ich habe da fast reingelegt aber auch wie ist es weg keine Ahnung warum vielleicht nach einer bestimmten Zeit einfach ich nehme jetzt die Tinto-Bären einfach Hauptsache wir können da was äh können da was machen ich weiß auch nicht ob mehr was bringt oder nicht und auch keine Ahnung nicht gedüngt ich dachte da hast du was reingeworfen hier ich habe es mal so falsch oder? da Wasser ist auch drin ja da sind die Bären weg jetzt muss es anfangen dann zu wachsen ich habe da acht Stück reingeballert ich weiß ob das jetzt mehr bringt oder weniger bringt keine Ahnung gut dann sag mal Schmusi das soll hier bleiben geht nach nix irgendwas mit Klamotten für dich ah brauche ich noch nicht oder? warte mal ich habe ja nur noch das große eigentlich brauche nur noch Brust jetzt Hose und Dings ne wir haben mehr wir haben mehr warte mal du hast hier viel Leder reingelegt warte mal Leder liegt hier im ersten wir haben insgesamt gerade 38 könnte ich was bauen für dich und was denn? was hast du jetzt nur Schuhe mit Leder? Schuhe und Kopf zum Beispiel das Oberteil geht mit 20 Leder ja dann machen wir das Oberteil das Teuerste denn ne? ja boah das Leder ist weg das hab ich denn eingepackte alles wo? in dem ersten auf der anderen Seite ah ja Handschuhe könnte ich auch noch machen ja ja nehm ich sonst ja das ist ja ein komischer Boden hier nein das ist ein Holzdach was ich denn geballert hab ha egal das geht auch als Boden ja 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 ich hab schon wieder die Zeit voll vergessen Junge boah oh das gleiche ich bin in der Meinung wir haben 5ler angefangen ähm ii warte e nein so pack erstmal wieder hinten rein dann weiß was passiert ich kenn ja mein Glück ok ja baust du bisschen Fleisch hm ich kann bisschen was mitnehmen ja das blöde ist man kann das nicht teilen doch äh du kannst ach ne das war verkehrt oh ach übertragen da nimmt man immer nur eins raus ja ich nehm noch vier mit die geben mir relativ gut essen ich hab's falsch gerade ich musste sehen gegessen mh ist nicht so gut ich sagte auch groß verdorfenes Essen ist nicht so gut da leidet deine Gesundheit drunter ja ja ich hab jetzt auch erstmal bei mir so gelevelt dass ich auf 200 Gewicht bin und werde wahrscheinlich nochmal auf 200 und Gesundheit gehen ja Gewicht bin ich bei 150 Gesundheit 210 ah ok gut komm naja ich wollte immer erstmal mehr tragen können weil wenn man nicht so unterwegs ist na au tz 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 oh so ist das so ist das so ist das ne ich weiß nicht ob wir den hier versuchen sollen der rennt weg glaubst du na hau doch mal drauf oh sorry öh was war das für den Ton warte 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 ist ja kacke zu treffen oh wo ist denn ganz da hinten kommt ein weißes runter naja ich versuch den noch was schwimmt der da hinten was macht der denn guck mal da rennt einer gegen die steine da hinten das ist auf der anderen seite da müssen wir nochmal draufhauen da hängt der irgendwie fest welches level und was ist das level 70 das ist genau das gleiche Viech so soll wir mal draufhauen immer schön mit der axt ah das ist schon gut verletzt ja hau du mal mit der axt meine ist kaputt wo kommt noch 20 Leder wo kommt noch 20 Leder der ist nicht tot ups oh auch acht gegenseitig killt naja ok wir mal zum strahl hingehen erstmal ja ja oh oh willst du machen mach du unter dir 12 Leder nice und hier haben wir nochmal ein Bett drin ein Schild drei Kisten Zündpulver und nochmal fackeln der Rest ist eigentlich scheiße aber egal Zündpulver brauchen wir für die Räucherkammer hier ist ein Bauplan drin Bauplan hast du schon mal Bauplan hast du Fackel schon gelernt guck mal rein Fackel geh mal ran glaub nicht also diese Standfackel glaub ich oh Fackel ja hier sind wie fast kaputt ach wirst du verdammt das rennt immer weg hast du genommen rausgenommen ich nehme raus erstmal ne ich hab Fackel nein die Standfackel ist das die hast du glaub ich nicht gelernt ich weiß nicht ob du das dann lernst da durch weil da steht Bauplan auf jeden Fall ist das erstmal weg hast du das im Inventar teste mal ob du das irgendwie ja blick mal hier auf eine Zahl unten und drück da mal auf die Zahl drauf weil das ist ja kein Item da steht ja irgendwie Bauplan ja ich brauch Stroh hm hm ok dann schmeiß weg komm schmeiß raus ne das das hab ich da jetzt praktisch gelernt so achso du hast es jetzt doch gelernt dann ok ich glaube da muss man da die Punkte nicht ausgeben ja das kann gut sein deswegen ja Bauplan ja ja jetzt läuft er da hinten oh man ok gehen wir mal weiter komm achso ich muss überhaupt nachgucken ob ich noch genug Sachen im Inventar habe um einen Bogen zu bauen das ist viel gefährlicher ja ja super Spitzhacker kaputt ja ja da so oben steht auch ne Schildkröte guck mal jetzt die Wenderwerk und guck erstmal ob die überhaupt frei ist nicht dass sie irgendwie jemandem gehört weil wenn die nur rumsteht ist es meistens schon komisch na die ist Level 15 und gehört keinen oh das ist gut dann können wir die ja angreifen wo ist die denn ja du musst hier hochkommen oh da ok soll ich die mal runterziehen äh ja ja versuch mal mein Arsch piekst die sauer langsam bewegt sich nicht doch die schnappen haut du mal auf sie rauf mit der Axt jetzt bis sie sich einmal dreht können wir uns die Pfeile sparen alter schweilt hätte ihr was aus oh ja ich habe 14 rohes Fleisch nur ich habe Leder bekommen jetzt habe ich insgesamt und 62 zählt mal was von dir aus da unten ist doch dieses guck mal hinter uns ist das Level 15 gerade mal sollen wir den mal versuchen mit dem Fall und Bogen zu machen den großen hier ja aber lass ihn mal zum Strand dann wirklich runterziehen lass mal von hier aus schießen hängt auch scheinbar ok dann verbrauche ich keine keinen Bogen dafür ja musst du aufpassen dann kann ich gut wegschleibern er ist ein bisschen kleiner ich drehe mich ein bisschen mit ja ich drehe mich ein bisschen mit mit dem du muss ich auch mit drehen dann oh 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 ja siehste tot ich habe 14 Leder ich habe jetzt insgesamt habe ich jetzt 78 boah das ist ne Menge insgesamt gerade ok hier unten war noch ein Vieh guck mal was ist das da drüben das ist nur Level 10 glaubst den kriegen wir stimmt oh warte mal lege gegrillt ist ha oh da rennt er schnell auch so wieder so ein kleiner Schisser hier du hast mich gehauen Alter ist das ein brutales Spiel auf der einen Seite ne na nicht aus dem Wasser raus hier freundschön man die haben auch Lebenspunkte ey ok Aua hast ok jetzt würde ich vorschlagen stop 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 mach mal da ist Kot den kannst du auch sammeln ja jetzt würde ich vorschlagen gehen wir erstmal das Leder wegbringen ja das tut das mal für dich schon mal ne Hose bauen oder so ja und dann können wir was wir überhaben essen muss ich oh Gott ich glaub falls du unsere oh ich hab wie viel Fleisch ich habe wir müssen mal Feuer rein und Holz rein packen ich hab 40 Fleisch ey weil er hat doch genug ne er hat doch hier genug oder nicht naja doch genug wir müssen da echt Holz rein packen mal hier da Holz hab ich reingetan dann tu mal Fleisch rein aber sowas von ey fit sich denn hier reingepackt durch warte ich baue erstmal hier ne die Räucherkammer ich packe erstmal hier ist mein Leder rein so ja und noch einen ganz anderen ich baue für dich die Hose ja bitte ich hab noch ein zweites Bett das können wir auch irgendwann mal aufstellen das ist aber irgendwie jetzt weg wo ist das Bett hin? Dauert das Schein? hä? wo ist das Bett hin? danke guck mal rein ist da ein Bett drin wo? ja im ersten ja ne ich hab da ein Bett reingezogen gerade eben das ist weg für dich der Meinung ein einfaches Bett hab ich da reingepackt das schüttchen das nochmal ein不好 so